Wir kommen zur dritten Ausgabe des Tech Talks auf Tagesschau 24 mit Markus Schuler in Kalifornien und Björn Staschen in Hamburg. Und auch diese Ausgabe beginnt mit dem heißen Thema Tracing-Apps, denn die Bundesregierung hat eine Kehrtwende hingelegt. Noch einmal zur Erinnerung, diese Apps sollen registrieren, in wessen Nähe sich ein Nutzer aufhält. Und diese Nähekontakte werden dann gespeichert. Wird ein Nähekontakt später positiv auf Covid-19, auf das Coronavirus getestet, dann werden alle früheren registrierten Nähekontakte alarmiert. Die große Frage war, wo werden diese Daten gespeichert? Dezentral auf den einzelnen Handys der Nutzer oder zentral auf einem Server? Und da hat die Bundesregierung sich jetzt umentschieden, will eine dezentrale Lösung. Und der Druck dafür, Markus, kam von zwei Seiten, unter anderem von euch aus dem Silicon Valley. Ja, weil die beiden Hauptakteure, Google und Apple, sich offenbar keinen Millimeter bewegt haben. Im Grunde haben die Macher von Tracing-Apps keine Wahl. Den Ton geben Google und Apple an. Sie machen Android bzw. iOS. Googles Android-System kommt auf einen Marktanteil von 86 Prozent weltweit. Apple mit iOS auf 14 Prozent. Und die beiden Konzerne haben schon vor Wochen entschieden, dass sie eine spezielle Schnittstelle auf ihren Smartphones für Gesundheitsbehörden einrichten wollen. Die können dann darauf aufbauend Corona-Tracing-Apps programmieren. Daten werden dabei nur lokal auf dem Handy gespeichert. Und da kann man hier lange diskutieren und andere Lösungen planen. Wenn die Schnittstellen von Android und iOS dann das nicht bieten, dann wird es richtig schwer. Der Druck hierzulande, der kam vor allem von Datenschützern. Der Chaos Computer Club hat gesagt, ihr müsst auf diese dezentrale Lösung setzen, weil eine andere Lösung von den Nutzern nicht akzeptiert wird. Und viele Nutzer müssen die App ja installieren, damit sie überhaupt funktioniert. Über 60 Prozent, davon ist hier die Rede. Andere Länder, Großbritannien, Frankreich, setzen dagegen weiter auf die zentrale Lösung mit einer zentralen Speicherung auf einem Server, so wie es ein europäischer Forscherverbund zunächst empfohlen hatte. Ja, das ist schon komisch, Björn. Da haben die Europäer die Tech-Konzerne hier in Kalifornien für ihren schwachen Datenschutz jahrelang kritisiert, zum Teil Geldstrafen in Milliardenhöhe verhängt. Und jetzt erleben wir eine verkehrte Welt, wo die Tech-Konzerne mehr Datenschutz wollen und die Europäer weniger. Die ganze Geschichte zeigt aber auch, die Europäer sind nur noch Zaungäste, wenn es um die wichtigsten Computer unserer Zeit geht, nämlich unsere Smartphones. Den Ton geben Google und Apple an. Wo wir schon beim Thema sind, die Amerikaner scheinen in der Corona-Krise ihren Tech-Unternehmen wieder mehr zu vertrauen. 38 Prozent der US-Bürger geben zu, dass sie Google und Co. jetzt wieder etwas positiver sehen. Ganz interessant, denn vor der Corona-Pandemie war der Ruf vor allem eines, ist nämlich schlecht wegen Desinformation, wegen Datenschutzsorgen. Und auch die Corona-Pandemie begann ja mit Fake News. Der dickste Fake aus meiner Sicht war der ums 5G-Netz. Da hieß es in den sozialen Netzwerken weit verbreitet, angeblich befördere 5G die Ausbreitung von Corona oder verursache sogar selbst die Symptome. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Und trotzdem brannten in Großbritannien über 20 Mobilfunkmasten von Vodafone. Jetzt scheint es aber so, als ob trotz dieser Fake News die Tech-Konzerne eher Oberwasser bekommen. Zum einen, weil die Tech-Unternehmen helfen, diese Tracing-Apps zu ermöglichen. Zum anderen, weil sie mittlerweile recht gut gegen falsche Informationen wie diesen 5G-Fake vorgehen. Das sieht man zum Beispiel auf YouTube und Google. Dort werden Banner eingeblendet, damit man leichter aktuelle Informationen seriöser Quellen findet. Und auch Facebook hat ja reagiert. Dort hat man zunächst noch Aufrufe zu Demonstrationen, zu Protesten gegen die Ausgangsbeschränkungen einigen Bundesstaaten gefunden. Ja, nun aber hat Facebook genau diese Gruppen in Kalifornien, in New Jersey und in Nebraska dicht gemacht, die zu diesen Protesten aufgerufen hatten. Daraufhin hat sich Donald Trump Jr., einer der Söhne des US-Präsidenten, eingeschaltet und das soziale Netzwerk für sein Vorgehen kritisiert, für den Facebook-Messenger. Übrigens gibt es ein Feature-Update. Das soziale Netzwerk ermöglicht jetzt Räume. Damit kann man Freunde, Verwandte oder Kollegen in einen Raum einladen und sich dann dort virtuell treffen. Auch beim Schwesterunternehmen WhatsApp hat Facebook geschraubt. Auch dort gibt es jetzt Video-Chat bis zu acht Menschen in einem Video-Chat. Das alles Innovationen, die in Corona-Zeiten helfen soll. Auch den Tech-Konzern ihren Ruf zu verbessern. Amazon beispielsweise wird ja hierzulande viel kritisiert, weil es angeblich einige Händler bevorzuge, weil es einigen Händlern erlaube, Gesichtsmasken zu horrenden Preisen zu vertreiben. In Frankreich musste Amazon sogar seine Logistikzentren schließen, weil es sich nicht ausreichend um seine Mitarbeiter kümmere, so der Vorwurf des französischen Staates. Amazon hat in den vergangenen Wochen aber auch gezeigt, dass hier in den USA die Lieferdienste des Konzerns aus Seattle systemrelevant sind, wie man schon sagt. Zugleich gab es auch heftige Kritik. Das Unternehmen habe zu wenig für den Schutz seiner Lagerarbeiter getan, hieß es. Das hat sich mittlerweile geändert. Amazon-Gründer Jeff Bezos, der kümmert sich laut New York Times jetzt wieder selbst ums Tagesgeschäft. Ärmel hochkrempeln, dem Gouverneur des Bundesstaates Washington, in dem Amazon ja seinen Sitz hat, hat Bezos angekündigt, wir helfen euch mit der Logistik, wenn ihr Massentests durchführen wollt. Dann hat Bezos in Texas einen seiner Supermärkte besucht und festgestellt, die Mitarbeiter tragen gar keine Gesichtsmasken. Werden euch die nicht zur Verfügung gestellt, hat er gefragt. Am nächsten Tag hatten die dann ihre Gesichtsmasken berichtet, den New York Times. Facebook lässt seine Mitarbeitenden noch bis zum Sommer von zu Hause aus arbeiten. Das wurde jetzt bekannt an das Snapchat in Los Angeles. Dort plant man schon für die Zeit, wenn die Angestellten wieder im Firmenbüro arbeiten können. Snapchat-Boss Ivan Spiegel sagte jetzt in einem TV-Interview bei CNBC, dass die Leute künftig weiter auseinandersitzen müssen, da will man die Schreibtische trennen und dass man überlege, die Temperatur aller Mitarbeiter zu checken. Interessant, während hier der Arbeitsminister ein Recht auf Heimarbeit im Gesetz verankern will, arbeiten die Tech-Konzerne eher an der Rückkehr in ihre Konzernzentralen und an neuen Sitzordnungen, scheint es. Hier in den USA, Björn, geht die Kündigungswelle auch bei den Tech-Unternehmen wegen der Corona-Krise weiter. Jetzt hat zum Beispiel Magic Leap, ein Unternehmen, das Augmented Reality-Brillen herstellt, offenbar die Hälfte seiner 2000 Mitarbeitenden gekündigt. Mit Magic Leap hatten manche ja große Hoffnungen verbunden. So richtig aus den Puschen gekommen sind die aber nie. Die Augmented Reality-Brille, 2300 Euro sollte die kosten, ist vor zwei Jahren auf den Markt gekommen und ist kein großer Erfolg geworden. Und so hat Magic Leap in den vergangenen Monaten ja schon mehrfach Mitarbeitern gekündigt. Also kein direktes Corona-Opfer scheint es. Und auch beim Rollervermieter Bird in Los Angeles, da müssen jetzt alle den Gürtel enger schneiden. Das Unternehmen hat jetzt kürzlich 400 seiner 1400 Angestellten gekündigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu einer Online-Besprechung unter dem Titel Covid-19-Update eingeladen worden. Stattdessen wurden ihnen in der Videokonferenz aber eine Kündigung vorgelesen. Es ist ja auch eher unverschämt, sie unter dem einen Namen einzuladen und ihnen dann zu kündigen. Absolut. Wenn man dann hier zu lange, lange im Homeoffice gesessen hat und langsam geht die Sonne unter am Horizont, dann schaut man aus dem Fenster und sieht diese Perlenkette, das sind die Starlink-Satelliten des US-amerikanischen Weltraumunternehmens SpaceX, die ja zum Konzern von Tesla-Lautsprecher Elon Musk gehören. Und die sind eifrig aktiv in diesen Tagen, Markus. Ja, erst vergangene Woche hat eine Falcon 9-Rakete wieder 60 Starlink-Satelliten ins All gebracht. Sie sollen in ein paar Monaten breitbandiges Internet zunächst nur in Kanada und den USA ermöglichen. Diese Falcon 9-Rakete scheint ja ein kleines Wunder zu sein. Das Arbeitstier von SpaceX, die ist in den vergangenen Monaten 84 Mal ins All gestartet und ja auch wieder gelandet. Das kann die ja sehr viel mehr als die Modelle der Konkurrenz der United Launch Alliance. Also ein sehr erfolgreiches Projekt bisher scheinbar. Absolut, das war unser Tech Talk für heute. Uns gibt's im YouTube-Kanal der Tagesschau und natürlich auf tagesschau.de. Und mit einer frischen Ausgabe im linearen Fernsehen hier bei Tagesschau24 am kommenden Dienstag.